August Wilhelm Scheer ist einer der bekanntesten Wirtschaftsinformatiker. Seine Softwarefirma IDS Scheer gehörte zu den erfolgreichsten in Deutschland. Seine Leidenschaft aber ist der Jazz und sein mehr als 80 Jahre altes Saxophon. Gern erklärt er, was ihn an dem Instrument so fasziniert. Auch Jerry Mulligan, das ist so ein Vorbild von mir, hat genau ein solches Instrument gespielt. Das ist ein Kon-Saxophon, ein amerikanisches Saxophon und das heißt Ladyface, weil hier vorne noch eine Dame eingraviert ist. Saxophone gehören zu den Holzblasinstrumenten, obwohl ja eigentlich fast alles Metall ist. Und das liegt eben daran, dass der Ton erzeugt wird, indem hier ein solches Bambusblättchen in Schwingung versetzt wird. Und damit das funktioniert, muss man es ein bisschen anfeuchten. Und dann wird es hier eingespannt. Da das Saxophon ja relativ schwer ist, trage ich das so an so einem Gurt. Aber man muss eben deswegen auch alle Finger, alle zehn Finger einsetzen, um es zu bedienen. Der Unterschied zum Klavier ist ja, dass man dort immer mit einem Finger genau immer einen Ton trifft, während man hier also mehrere Finger braucht, um einen Ton zu treffen. Also beispielsweise hier das für C. Also alle zehn Finger dafür. Und dann sind an der Seite hier noch Klappen für Halbtöne oder für obere Töne. Mit seinem Können hat es Shea bis in mehrere Jazzbands geschafft. Hier spielt er mit den Musikern von Groovin High. Den Hang zum Saxophon hat er seit seiner Kindheit. Denn schon in den 50ern fand er Jazz richtig cool. Das war ja auch so eine Gegenreaktion auf das Dritte Reich, wo Jazzmusik ja als Negermusik verfilmt war. Und die bekanntesten Jazzmusiker aus Amerika kamen nach Deutschland. Und die Jugend wurde von dieser Musik sehr angesprochen. Es war praktisch im positiven Sinne die Popmusik der damaligen Zeit. Nicht nur die Musik, auch die Struktur einer Jazzband fasziniert ihn. Er sieht sogar Parallelen zu einem Unternehmensvorstand und hat eine Managementtheorie daraus gemacht. Das Besondere an der Jazzmusik ist sicher das Organisationsmodell. Es gibt in einer Jazzkombo keinen Dirigenten, sondern jeder Musiker ist Solist, aber auch Begleiter. Und jeder muss auf den anderen hören, um zu wissen, wo er ist, wann er wieder einsetzen soll. Und die Improvisation innerhalb eines Solis, eines Solos ist einem etwas ganz Besonderes, dass man in der Lage ist, gekonnt, spontan neue Melodien zu einer gegebenen Struktur zu erfinden. In der Musik hat der 67-Jährige das schon mit Randy Brecker und Peter Herbolzheimer geschafft. Und er lernt stets im Zusammenspiel mit den Profis. 24 Jahre hat Cher die IDS erfolgreich geführt, wie eine Jazzband, in der es wichtig ist, eine kreative Atmosphäre zu fördern. Es muss einem gelingen, eigentlich andere Leute eher durch Können und durch die Ideen zu beeinflussen, als durch Hierarchien. Und das ist eben in unserer schnellen Welt, in der Hightech-Welt, wo wir ja eigentlich auch nur sehr gut ausgebildete Menschen haben, die einzige Möglichkeit, andere zu beeinflussen. Das geht nicht durch Vorgaben und Kommandos, sondern es geht eigentlich nur durch Vorbild und durch Inspiration. Woher Cher seine Inspiration bezieht, kann man auf jeden Fall auf seinen Konzerten sehen. Zwar hat er die IDS Cher inzwischen verkauft, trotzdem wird er weiter in der IT-Branche aktiv bleiben. Und als Jazz-Saxophonist wird er wohl noch lange nicht in Rente gehen. Ich glaube nicht, wir sind nicht in Rente gehen. Ich glaube nicht, wir sind im Rente gehen. Und das war's, wir sind in Rente gehen. Vielen Dank.